es hat bei mir nicht gespeichert ich gehe kaputt stehe jetzt wieder oben am platz war das geht von da bist ja das stimmt ich würde jetzt bloß auf tisch ich weiß nicht wo du stotter so für unten ha ha du willst du bist gar nicht so unsichtbar mein freund ja wie soll ich denn dann reinkommen warten sie jetzt dürfen sie eindringen jetzt sagt der zeitüberschreitung bei der verbindung ja aber letzt mal auch und dann durfte ich irgendwann doch rein ach das ist eigentlich mein kontrol hatte ich Feindwäckchen! Nyaa! Ach, du bist auch hier! Was sind denn? Ich muss erstmal was schlachten! Kann ich einfach hier die Tiere schlachten! Warum denn nicht? Nein, das macht man nicht! Das ist nicht nett! Wir sind auf dem falschen Weg! Wir müssen da hinten runter! Hopp, hopp! Schmaß! Ich bin grad voll überladen! Na komm doch! Dann gib was ab! Dann gib was ab! Komm! Schmaß raus! Hab ich getudelt! Hier! Da! Da! Wenn du's anguckst, geht das nicht! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Aha! Ah! Sehr fein! Komm sie mit! Wir müssen da hinten runter! Ja, Meisterin! Ab, ab! Meisterin macht Stress hier! Ich kenn mich hier aus! Warum bist du hier geboren? Na klar! Na fein! Ich bin George, der aus dem Dschungel kam! Nicht Böckchen! Ich kenn einen Big Böckchen, der aus dem Dschungel kam! Mhm! Da guck, ich hab's gefunden! Oh! Aha! Jetzt bist du stolz auf mich, wa? Ja! Mhm! Damit hättest du niemals gerechnet! Ja, für du selber nicht! Hey! 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 Sei lieb! Ich bin da! Ich bin immer lieb! Jetzt müssen wir die Hautausrüstung neu nehmen! Und sie sind drinnen geblieben! Jetzt setzt er! Ne fein! Was rumort! Was? Rumort! Boah, es muss drinnen bleiben! Ich hab gesagt, es darf nicht raus! Mhm! Hallo Loni! Ich bin! Ich bin jetzt austauscht! Ich bin links! Ich bin links! Ah! Ich bin links! Der frames ist eine der Erregelung! Ich bin links! Wie er da rumfletschert. Ja. Wie eine kleine Wasserratte. Ja. Hält er mir auch noch vor die Nase. Glaub ich das nicht. Aber nur weil du es bist. Ja okay. Das sonst hätte ich ja geheult. Hey. Hey. Sollst du nicht heulen. Nicht? Ah ah. Das mache ich schon. Das reicht. Das ist ja wohl nicht heulen. Manchmal muss das sein. Ah ah. Doch manchmal schon. Aber warum? Komm. Das weißt du selber. Weil du keine Ruhe vor mir hast. Viel zu viel Ruhe von dir. Deswegen heulen wir doch nicht. Oh doch. Genau deswegen. Das Wasser war aber lecker. Auf jeden Fall. Mir hat es geschmeckt. Ich habe es gehört. Jenny. Kommst du. Da wird ja die arme Schildkröte tot. Hallo Jenny. Stimmt das hat aber ein neues Haus hier werden. Aber ich bin wieder überladen. Na sicher das. Wo siehst du denn die Jenny? Hast du doch gerade gesagt oder nicht? Nee. Okay dann habe ich es falsch gehört. Dann habe ich es falsch gehört. Ich muss den Chat gleich am Handy aufmachen. Lass ich es sehe. Hm. Voll überladen. Dieses kleine miese Fleisch. Gib was her. Ich könnte ja noch diesen Panzer hier geben. Ja. Klar stopf mich voll. Mach ich doch gerne. Mhm. Mhm. Wo müssen wir denn hin? Das weiß ich nicht. Ich habe gesagt ich klebe dir ein Popöchen. Du musst den Weg finden. Wuh. Klar. Die im wahren Leben. Dann gibt es bestimmt wieder irgendwo Langheizkrokodile. Hm. Mach das einfach wie in Leipzig. Ich lachs, lachs, dir brav hinterher. Hm. Hm. Habe ich da auch gemacht. Es hat funktioniert. Nunis. Danke für den Glück. Eigentlich war erあーde der Reiseführer. Hahaha. Haha. Da hat uns schön ein Dreck rumgeführt. Warte mal bis ich wegkomme ich glaube denn da hat gerade irgendwas gefaucht Du bist nicht sicher das klingt als ob da irgendwo ein Krokophant war. Krokophant? Klingt das so. Krokoraffe. Ja oder sowas. Eine Krokoraffe. Mit dem Hals ist es eine Krokoraffe. Ja. Ja da läuft doch was. Doch doch da läuft da unten. Oh da. Ich habe es gefunden. Der hat schon wieder so einen Krokophant. Guck dir das an wie so eine Giraffe und durch das Wasser sieht es doch schlimmer aus. Bäh. 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 Hier, hier ist ja nichts. Außer Matt. Also meine Schuhe musst du dann nachher putzen. Ja weil du führst mich einfach durch den Matt. Sicher? Du kannst sie rausziehen. Und dann müssen meine Füße waschen. Wo haben die Wärter gewaschen? Was wäschst du dann? Na die riechen nur nach Käsefuß. Ey. 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 Stimmt gar nicht. Riech deine eigenen. Ey. Du Schneicher. Ja. Was? Was hättest du dann mal zu mir sagen sollen? Hab ich. Wann denn? Grad eben. Seit wo du das nicht zugehört hab. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Schneicht er einfach wie so ein Schneichsack. Das wirst du nicht vermissen. Oh doch. Tue ich sogar schon. Was? Ja. Ja. Das ist halt so. Mich doch nicht so. Einfach in mir drin. Bist du hässlich oder was? Nein. Aber du stehst einfach in mir drin. Ist das schlimm? Nein das ist nicht schlimm. Das war ein bisschen gruselig. Hm. Neun dich. Fokus los. Falls du brauchst. Ja. Nein. 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 Die sind gewieselt. Steh doch noch hier hinten. Denn. Hinter dir. Andersrum. Wo? Ah. Hinter mir. Vor mir du Nase. Es war hinter dir da wo du wie du standest. Es war vor mir. Wie du standest war das hinter dir. Lücke nicht. Sei mal lieb. Sag der Richtige. Was? Pieck ich dir dein Popo. Das macht nichts. Piep. Gepiekt. Ii, das war ein Ameis. Hier ist ein Weg. Wo hast du einen Weg gefunden? Bist du nur hier lang? Keine Ahnung. Hier ist ein Matschepampeweg. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Na wow. Keine Ahnung hast du. Hat er eine Ahnung? Ich hab auch keine. Kannst du dir alle Inseln abklappen haben oder was? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir gucken mal. Guck mal. Wir sind 24 32 Ich bin ja da unten schon am Arsch der Welt. Ich weiß nicht, ob wir zu 27 31 müssen. Aber da unten ist ein roter Punkt. Ich brauch mal ein bisschen Fleisch. Wir können doch hier irgendwo her... Oh ja, ich bin bitte. Ja. Haben wir hier irgendwo Holz? Ich hab kein Holz. Ich hab ein bisschen bei. Weiß das? Das weiß ich. Ich kann doch gucken, dass man hier irgendwo... Ich hätte ja gesagt... Was? Irgendwas hab ich gesagt. Ich hab's nur vergessen. 27 irgendwas. Wir müssen Richtung Westen auf jeden Fall schon mal. Da können wir ja Richtung Westen gehen. Oder vielleicht sind wir auf den Dark gekommen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch einen Weg. Hier gibt's wieder Holz. Oh, hier ist was. Hier müssen wir wieder einen Trink trinken. Hm. Jetzt haben wir nur dieses Zeug nicht bei. Äh, nein. Die, die, die Hane, die war da hinten. Die ist hier. Ja, das seh ich gerade. Die ist hier. So, die hab ich schon mal. Seht nur noch die komische Pflanze. Die muss es doch hier auch irgendwo geben. Dann soll das hier auf irgendeinem von den ganzen Inseln ist. Du musst ja. Du kannst ja das Zeug nicht mehr von überall mitschleppen. Du kannst ja das Zeug nicht mehr von hier. Du kannst ja die, die, die Haare anwenden, die Niederländer ... Schau dir die, die Inseln ist hier. Du kannst ja auch die Dounseln ausертвetzen. muss es doch auch dann zu geben ja gut das hat mir das letzte mal auch da wurde erst mal eine halbe stunde suchen musstest wenn die irgendwo am arsch weil die irgendwo am arsch der welt war dann müssen wir besuchen aber ich mache erst mal ein feuerchen noch mal ein feuerchen ja weil der der hat da hat fleischung kann man ja noch so was also bettel zum bettel die hinbauen ein bett 1 reich da kann man zusammen rein kleine miese pflanze geht kaputt ich muss erst mal schlimm mit mir oder manchmal schon ein bisschen aber das macht das macht nix so achten bei abflug nein ich habe noch zwei meinten stecken Ich wollte schon wieder eine Summe Frage stellen. Gut, dass ich es gelassen bin. Was wolltest du denn schon wieder frägen? Nix, nix. Hat sie ausgefrägt. Fräge mich ruhig was. Ah, ich wollte wissen, ob du eine Kokosnuss hast. Aber brauche ich nicht, weil ich habe Gründenpranzer. Oh, 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 oh.